3,80 Meter Boot. Mehr ist es nicht. Was ist denn das in der Schwarz? Hallo Tobi. Hi Ronald. Du hast mich gerufen. Ich brauchte eine Luftpumpe. Wird nicht lang, ging doch eben noch. Also wenn ihr mehr davon sehen wollt, wie das kleine Ding hier, ich schätze mal in zwei, drei Wochen im Wasser ist. Und dann muss hier noch bei der Freedom 210 XL der Motor noch rein. Der steht momentan immer noch da hinten. Und wahrscheinlich kommt dann erstmal die Glasboard ins Wasser. Also wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, die erste Fahrt, wie auch immer, oder wie wir den Motor hier hinten rein wuchten, einfach abonnieren und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand.